Deutschland, mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich sieben Kinder hab. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei eurem Lieblingssteuerunterzieher. Ey, so, wir machen nur mal Jokes, aber ich hatte echt Probleme mit dem Finanzamt, ne? Meine Eier sitzen in der Zelle und nach 15 Minuten, dann komm ich jetzt. Okay, so schlimm war's jetzt auch nicht. Gib das Eier in der eigenen Hose. Aber ich hab jetzt einfach über 2.000 Euro vom Finanzamt zurückbekommen, ja? 2.000 Euro, ja? Wisst ihr, was man alles damit machen kann? Richtig, 4.000 Euro. Ey, was? Ich war im Casino, aber ich schwöre, ich hab nicht gezockt. Kollegen wollten dahin, die haben auch nicht gezockt, ja? Die wollten's mir nur zeigen, weil das so ein fancy Casino war in Wiesbaden, ja? Jedenfalls war ich dort und ich hab da einfach Zuschauer getroffen, ja? Und ich war da so richtig so, ja, Jungs, ich war, also, ich hab neben mir um... Also, kurz vor dem Verlust der Muttersprache. Nein, das Casino ist nichts für mich, ja? Ich bin eher so der Billiardspieler. Die fünfte, nein, noch um die fünfte, noch mehr. Es geht hier aber weder um Casino noch um Billiard. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, Arwin, worum geht's denn heute? Was ist das Thema des heutigen Videos? Bevor wir aber dazu kommen, muss ich euch sagen, dass ich mich heute wieder etwas beeilen muss. Mein ganzes Zimmer ist hier nämlich dreckig und ich muss noch eigentlich staubsaugen, ja? Wobei, hab ich das nicht schön gemacht? Boah, Bro, mein Zimmer ist immer noch so dreckig, Alter. Hast du nicht erzählt, dass deine Schwester gestern bei dir gesaugt hat? Ja, Bruder, ich bin nach zwei Minuten gekommen. Deshalb wird das Video heute vielleicht etwas kürzer, okay? Wie auch immer, ähm, wir haben alle verrückte Frauen gesehen, ja? Schick mal Video von deiner Vivi. Wir haben wirklich mehr als nur verrückte Frauen gesehen. Schau auf meinen Body. Aber heute ist so der Tag, wo wir das ganze Thema abrunden, ja? Frauenlogik. Was ist schon wieder passiert? Was ist Frauenlogik? Wie funktioniert das Gehirn von weiblichen Wesen, wenn das überhaupt funktioniert? Würde mich als Feministin bezeichnen. Gegen das Patriarchat. Gegen toxische Männlichkeit. Ich stehe manchmal auf richtige Preuß. Und aufgepumpter, fünf Stunden zu lange auf der Sonnenbank gelegener. Okay, erstmal, ich kenne das, wenn man einen bestimmten Typ Mann oder Frau hat. Ich meine, bei mir kam es auch mal vor, dass ich einen bestimmten Typ, also ein Typ Frau, also ein Typ Frau nicht attraktiv oder attraktiv fand. Die Frau, die ich gedatet habe, ne? Die war gar nicht mein Typ, Bro. Ja, wieso denn, Bruder? Ja, ich mochte zwar ihre Haarfarbe nicht, ja, aber wir haben es trotzdem getrieben. Ehrlich jetzt? Ja, Bro, das war so ein Moment, als ich ihn rausgeholt habe. Er war einfach doppelt so lange, als ich erwartet hatte. Ich dachte, du kennst deine Schwanz länger. Ja, aber ihre doch nicht. Trotzdem verstehe ich nicht, warum sie jetzt so toxische Männlichkeit und so weiter erwähnt hat. Gegen das Patriarchat, gegen toxische Männlichkeit. So, guck mal, ich persönlich, ich stehe ja hinter Männern. Oh, er wohnt die Spieltieren. Ja, nicht so, aber wie auch immer. Wir schauen uns einfach mal ein paar perfekte Beispiele für Frauenlogik an. Lange Rede, aber haben ja gar keinen Sinn. Herz auf der Zunge, los geht's. Herz auf der Zunge, los geht's. So gesleitest du Männer richtig. Und ja, Leute, es ist moralisch verwerflich. Uhuhu, go cry about it. Ja, vielleicht musst du ein bisschen lügen. Ja, auch das ist moralisch verwerflich. Aber glaubt mir, dass dein Mark hat dich sowieso... Bro, stellt euch vor, ihr heiratet später. Diese Frau und eure Kinder schauen sich dieses Video hier an. Glaubt mir, das ist alles andere als allein. Ein Bruder, der hatte ein Mädchen so unter dem Arm und geht zum Dönerladen. Er sagt zu dem Dönerbesitzer, ist dein Fleisch halal? Dann sagt der Dönerbesitzer, ist dein Fleisch halal? Warst du in der Hand? Nein, aber jetzt mal im Ernst. Wie krass am Arsch muss man sein, um ein Video im Internet hochzuladen, wo man ein Tutorial gibt, wie man Männer manipuliert? Erstmal, ich liebe Frauen, ja, und ich weiß, dass nicht alle so sind. Aber man muss wirklich aufpassen. Man sieht nämlich solche toxischen Frauen eigentlich meistens nur an, wenn man selber toxisch ist. Ich weiß ja, ich hab nämlich mal zu einem Kollegen von mir gesagt, ey, Bro, ich war so draußen unterwegs. Ich meinte, Bro, hier ist so ein richtig hübsches Mädchen im Park. Soll ich sie ansprechen? Er ist halt so ein bisschen toxisch so von der Art her. Er meinte dann so, ja, auf jeden Fall, mach das. Aber Hauptsache, sie wehrt sich nicht. Und ich war dann so, hä, was? Und er meinte dann, Die schaffst du aber alleine nicht. Die schaffst du auch nicht zu zweit. Zu viert hast du eine realistische Chance. Zu sechst ist es okay. Ich meinte dann so, okay, wow, wow, chill mal. Ist das erlaubt? Ist das halal? Ich frage für einen Freund. Wie auch immer, lasst euch weder auf toxische Männer noch auf toxische Frauen ein. Ich hab mich halt aus Versehen mit meinem Ex getroffen. Dann hatte sie irgendwie so ein schlechtes Gewissen, dass es ihrem Freund gebeichtet hat. Und dann hat er mit ihr Schluss gemacht. Wir sind hier in der Gaslight Academy. Leute, wo war der erste Fehler? Zugeben. Es sagen. Wir sagen nie. Bro, das ist ja mal das dreisteste TikTok, was ich je gesehen habe. Imagine, ein Mann hätte so einen TikTok gemacht, wie man Frauen manipuliert. Vorbei. Der könnte sich niemals wieder zeigen im Internet. Ja, also für immer. Cello A.B. aus Duisburg sagen. Nichts ist für immer. Ja, aber das ist schon hart, so, ne, wenn man so überlegt. Guck mal, es passieren schon oft Dinge in Beziehung zwischen Mann und Frau, die man nicht erwartet, ja. Aber diesen Frust dann zu nehmen und dann so etwas umzuwandeln, das ist schon sehr extrem. Das ist eine Frau, die wirklich gerettet werden muss, ja. Und zufällig, zufällig bin ich einer, der schon öfter Frauen gerettet hat. Ereignis nach Ereignis. Ein mutiger YouTuber rettete eine Frau aus einem brennenden Haus. Untersuchungen ergaben jedoch, dass sich die DNA des YouTubers in der Unterwäsche der Frau befand. Heute im Interview Held und Retter Arvin R. Bewusstlos ist nicht gleich lustlos, hab ich mal gehört. Die Freiheit kann das dir immer vorhalten. Und du möchtest nie in der Position sein, dass dir was vorgehalten wird. Du möchtest immer was in der Hand haben, was du ihm vorwirfen kannst. Deswegen ist es sogar ganz geil, wenn du ihn mal bei einer Lüge erwischst, oder? Ich muss es nochmal wiederholen, ja. Was denkt ihr, wie viral dieses Video gegangen wäre, wenn ein Typ das gemacht hätte? Ganz Deutschland hätte ihn gehatet. Aber alles gut, ist in Ordnung, ja. Wir kennen das ja schon längst. Guck mal, wie soll ich sagen, ich persönlich, ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass die meisten Männer Frauen scheiße behandeln. Bewusstlos ist nicht gleich lustlos. Aber sie ist das perfekte Beispiel dafür, dass Typen nur scheiße machen, wenn Frauen sich so verhalten. Ich meine, jeder von uns würde doch eher rationale Schritte bevorzugen, wenn es beispielsweise mal Streit mit der Frau gibt. Streit kommt in jeder Ehe vor. Was ist die Lösung? Eine Kopfnuss? Aber je mehr toxische Frauen es gibt, desto mehr toxische Männer gibt es auch. Männer mit 3 Euro haben Angst vor Golddiggern, die nur ihr Geld wollen. Du hast 3 Euro. Ich habe doch keine Angst, dass mir jemand was klauen will, was ich gar nicht habe. Eigentlich, sie hat komplett recht, ja. Ich finde es auch absolut cringe, wenn Männer gar kein Geld haben, aber sich dann Todesbeschweren über so Golddigger. Aber es gibt nun mal faktisch gesehen Frauen, die Golddigger sind. Und eine Einstellung gegenüber diesen Frauen ändert ja nichts daran, dass sie trotzdem Golddigger sind. Also ich meine, die existieren ja immer noch. Ob man sich da jetzt beschwert oder nicht. Außerdem, ich habe eine sehr gute Frage, die ich solchen Frauen stellen würde. Ist zwar ein anderes Thema, aber passt auf. Ihr seid 1,60, wollt aber einen 1,90 Typen, okay? Ihr habt keine Muskeln, findet aber Männer mit Muskeln attraktiv, okay? Ihr habt selber kein Geld, wollt aber jemanden, der viel Geld verdient. Ich als Mann darf nach eurer Logik also materialistische Frauen nicht, ja, mich über sie beschweren, weil ich selber wenig Geld habe. Aber ihr dürft alles von einem Mann erwarten, was ihr selbst nicht schafft. Ist ein anderes Thema, aber ich frage nur. Ich frage nur. Ich stelle Ihnen, ich frage nur diese Frage. Die Antwort auf diese Fragen würde mich sehr interessieren, falls es unter euch auch Frauen gibt, oder sind wir nur Männer? Es ist wie es ist, also wird mal Zeit, dass ihr eine aufräumt und sauber macht. Du hast 2 Minuten gekocht. Ich habe einen ganz, ganz miesen Crush auf jemanden. Der muss nur sowas machen. Ich flitz. Dieser Mann ist mein Traummann. Ich liebe ihn, ohne dass ich ihn liebe. Hä, wo macht das Sinn? Ich liebe ihn, ohne dass ich ihn liebe. Sie hat hier selbst geschrieben, hier, Frauenlogik. Wen liebt sie jetzt? Warum liebt sie ihn? Oder liebt sie ihn nicht? Ich meine, Frauen geben so komische Statements von sich, genau wie die eine letztens sah, die ich damals auf TikTok gerepostet habe. Ich muss daran denken. Guck mal, wenn ich jemanden mag, darf er mich nicht zu sehr mögen, weil wenn er mich zu sehr mag, fahle ich komplett das Interesse. Das heißt, er muss mich ein bisschen mögen, ein bisschen Disinteresse zeigen, damit ich mich rieche. Bro, wir haben verkackt, Digga. Wir Männer haben noch keine Chancen mehr. Das macht gerade gar keinen Sinn alles. Damit müssen wir arbeiten, Digga. Das sind unsere Karten, mit denen wir spielen. Runa weiß noch nichts von seinem Glück. Er weiß noch nicht, dass ich seine Frau werde. Aber ganz ehrlich, er kann sich auch wie für glücklich schätzen, wenn er mich hat. Er hat mich zwar noch nicht, aber er wird mich bald haben. Einfache Frauen, ja. Wie kann man so krass in einer anderen Realität leben? Das Ding ist, guck mal, Frauen haben Interesse an einem Typen, sind sich aber auch zu stolz, um ihn anzuschreiben oder anzusprechen. Ich selbst, zum Beispiel, ich bin das absolute Gegenteil. Ich hatte sogar mal was mit einer so fernbeziehungsmäßig und die hat einfach auf einem anderen Kontinent gelebt. Ja, also es war so... Ah, Bro, du hast das erzählt. Wo lebt nochmal die, mit der du was hattest? Bro, die eine, die ich geschwängert habe, die lebt in Afrika. Das weißt du doch. Hä, Afrika? Als du angerufen hattest, meinst du doch, es ist kalt. Irgendwas mit unter 10 Grad. Ach so, nein, nein, ich meinte das Mädchen. Was? Sie ist unter 10 Grad. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei den Mädels. Wie krass... Okay, nein, nein, stopp, stopp. Aber ich kann das Ganze einfach nicht mehr. Warum ist das Internet voll mit so viel Scheiße? Ich weiß nicht, ob wir sterben alle, oder sind wir so im Himmel und dann müssen wir so Zivilisten vom Römischen Reich was von toxischen TikTok-Frauen erzählen. Wie auch immer, ihr habt jetzt die Möglichkeit, mir zu zeigen, dass mein Content nicht sterben soll und dass ihr das Ganze hier feiert. Und das tut ihr, indem ihr ein Like auf dieses Video da lasst. Ja, tut es oder ich schwenge eure Schwester. Des Weiteren, kommentiert bitte unbedingt mit eurer Schuhgröße. Ja, das ist... Das ist extrem wichtig. Wer, dessen Schuhgröße ich like, darf mir seine getragenen Socken stehen. Was ist das eigentlich für eine komische Scheiße? Was ist das für ein Outro? Ansonsten, ja, Dankeschön für Ihren Support. Ich liebe euch, bleibt aktiv, passt auf euch auf, grüßt eure Tante von mir und vergesst niemals. Ich schaff's auch nicht zu zweit. Zu vier hast du eine realistische Chance. Zu sechs ist es okay. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich sieben Kinder hab. Ich schwör, ich hab auch sieben. So viel hab ich gekriegt.